So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und ich hab den Robin dabei. Ja, moin, moin. Und wir gucken uns heute an Universe Beyond. Denn wie zu jedem Set, seit ... Seit wann eigentlich? Seit verdammt langer Zeit. Ich kann's grad auch nicht mehr genau sagen. Times by Remastered. Kann das sein? Das kann gut sein, ja, stimmt. Ich glaub, Times by Remastered. Genau. Da haben wir das erste Mal, glaub ich, von Wizard of the Coast Booster zusammenbekommen. Und haben die dann, glaub ich, getrennt und gesagt, boah, wär voll cool, wenn wir dazu ein Video aufmachen würden. Aber ja, genau. Seitdem machen wir für jedes Set Booster auf. Ihr habt jetzt neulich erst das Live-Opening von MH3 von der Magikon gesehen. Das hat ein bisschen gedauert zu bearbeiten, ich bin ehrlich. War auch technisch schwierig. Ja, nicht so schwierig wie das heute. Aber das sollte hoffentlich nicht auffallen. Genau. Und na ja, wir haben Bloomboro überlebt. Duskmon ist jetzt auch grad schon gefühlt in vollen Zügen, wenn hier das Video wahrscheinlich rauskommt. Dementsprechend, yay, wir schaffen es selbst, solche Videos nicht mehr zu schaffen. Genau. Bevor wir anfangen, einmal ganz kurz. Das ist der Robin. Da, da, ja. Hallo, hallo. Wenn ihr euch kennt, dann guckt mal unten in der Videobeschreibung oder guckt mal auf Spotify, guckt mal auf YouTube unter Gamery. Findet ihr sehr, sehr viel coolen Content und mittlerweile regelmäßige Streams, hab ich das Gefühl, oder? Ja, ich versuche den Mittwoch als Streaming-Tag so ein bisschen zu etablieren. Das funktioniert mal besser, mal weniger gut, aber das hängt halt immer davon ab, wie viel zu tun ist. Deswegen, aber schaut gern vorbei. Dann könnt ihr nämlich auch die andere zarte Stimme hören, die ihr jetzt hier im Video hört. Denn du bist ja auch bei Radio Ravnica mit dabei. Deswegen gibt's auch Blackie-Content quasi bei mir. Genau, im Endeffekt. Dementsprechend habt ihr auf beiden Kanälen immer beide Personen. Dafür sind Teams da, ja? Genau, genau. Ich würde jetzt, wenn's keine Copyrights machen würde, hier ohne mein Team von 187 Straßenbande einfügen. Aber ja, das gibt Copyright. Dementsprechend gibt's das nicht. Wir öffnen heute Universe Beyond Booster. Das ist ein Set, das mich ja vollgecatcht hat, wie man es offen weiß. Und selbst dich zurück an Assassin's Creed gebracht hat, soweit ich weiß. Ja, wir haben jetzt gerade eben kurz vor der Aufnahme zockt meine Verlobte und ich, zocken wir gerade Assassin's Creed 2. Wir sind gerade in Venedig-Sequenz 9. Also schon relativ weit weg drin. Aber wir können mal loslegen. Ja, sollten wir. Bei vier Minuten im Video. Und ja, es macht auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß. Es ist weird, weil für mich ist Assassin's Creed ja noch eine relativ neue Marke. Aber trotzdem hat man schon so ein bisschen das Gefühl von Nostalgie. Ja. Weil's ja auch schon wieder zehn Jahre alt ist, ne? Also von daher ... Ja, das ist richtig. Ich hab direkt einen Hit gefunden. Ich hab neulich ein Video rausgebracht, wo ich Epilog Booster und Beyond Booster ein bisschen vergleiche. Weil so was wie das Phantom Blade hier. Das Phantom Blade ist eine ganz großartige Karte. Ähm, denn es ist playable in Legacy. Und das ist schon immer ziemlich, ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall. Es zerkippt sich von selber, ne? Genau, es zerkippt sich von selbst. Und man kann eine Kreatur zerstören, die, äh, 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 irgendwie was macht oder nicht. Ah, die Menace. Es zerkippt sich selber. Und man kann eine andere Kreatur zerstören. So ist es richtig. Und das mit der Stoneforge Mystic ist schon sehr, sehr mächtig. Auch für Modern ganz kurz. Man muss das ja mal dabei sagen, das Set ist ja auch modernlegal. Ja, total. Oh, du hast eine der wenigen grünen Karten. Ja, Palacio Archers. Die nerven uns auch gerade in Venedig. Ich hab den Haystack. Der kostet tatsächlich ein bisschen Geld. Echt? Finde ich ein bisschen weird. Dann, oh, nice. Um den will ich ein Commander Deck bauen. Um ihn hier? Also, um den, den du hast. Den Arab, äh, Abatz, äh, nee. Abatz, äh, mir. Abatz, mir. Genau, Abatz, mir. Ähm, lustigerweise die Commander, nee, nicht die Commander-Spiele, sondern der Mana-Einzug-Podcast hat darum einen Commander-Deck gebaut. Äh, mit, äh, Senu, die ich hier noch rumliegen hab, by the way. Beste Karte aus dem ganzen Set. Äh, ja. Sehr gut. In Kombination sehr mächtig. Das glaub ich, das glaub ich. Dann haben wir ja ein wunderschönes Full-Art-Land. Die wunderschönen Länder. Außer dieser eine Sumpf. Ich weiß nicht, aus welchem Spiel das hier ist. Ähm, Odyssee. Ich würde sagen Valhalla. Ach so, Odyssee. Odyssee. Weil alles, was ich nicht kenne, was so gottartig aussieht, denke ich über Valhalla. Nee, nee, das ist griechische Götter Odyssee. Und, äh, ja. Uh. Uh, nice. Da hab ich da schon die, äh, die, die Hauptkarte fast schon. The Capitul, Capituline Triade. 10-Mara-77-God-Artificer. Äh, das sind die großen Frauen, die immer wieder in Assassin's Creed auftauchen. Ich weiß mehr, nicht von der Lore. Genau, das sind die, die davor kamen, die, die Vorgänger, die Götter sozusagen. Sehr, sehr geile Karte. Sehr, sehr coole Karte. Sweet, sweet. Ähm, ich hab Aya von Alexandria. Ja. Aber es ist ja nicht die einzige Karte. Distract the Guards. Ja. Ich hab, äh, Propaganda. Auch hier wieder eine Ankamm, die wirklich playable ist und wirklich gut ist. Voll. Total. Und dann hat man hinten noch so einen Dingslot. Den, äh, Animus-Style-Slot quasi. Ich hab da Shade Comic. Ich hab die Lydia Fry. Uh, die ist cool tatsächlich. Ja. Und einmal ein, ein, ein Schiff. Nice. Ja, wie ihr seht, es sind nur sieben Booster, sieben Karten drin. Ich find sie trotzdem awesome, weil sie halt viele playable Karten drin haben. Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding. Äh, mein größter Kritikpunkt an den sieben Karten ist, dass sie halt nicht gespielbar sind. Also, dass sie keine spielbare Variante haben. Äh, ich versteh aber auch, wenn das einem nicht so wichtig ist. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das nimmt so ein bisschen vom ... Oh, den Text-Collector haben wir sogar beide. Äh, der ist sehr cool. Ich find den auch witzig. Reconstruct History, schönes Reprint. Ja, noch mal eine Propaganda. Oh, dann hast du, äh, Origins-Land. Und ich hab, äh, ich glaube ... Oh, das ist so ... Woraus ist denn das? Ist das aus 3? Ich glaub, das ist das 3. Das hätt ich jetzt auch geschätzt, weil da so viele Bäume und Wälder sind und so was. Und Sümpfe und so. Und du hast, äh, aus Origins dem Besten, da es leicht ägyptisch angehaucht ist. Ah, okay. Wer hätte es gedacht? Und, oh, der hat mir noch gefehlt tatsächlich. Nice. Der Hatham Kenway. Den brauch ich für mein Ritter-Deck noch. Ja, gut, klar. Er gibt ja Ritter plus 2 plus 2 oder so was, hatte ich ja alles. Genau, und er ist ein Removal-Spell für jede ... für eine permanente von jeder Kreatur, bis er das Spielfeld verlässt. Das ist so ein Oblivion-Ring für vier Maler, der deinen anderen Ritter noch plus 2 plus 2 geht. Das nehm ich auf jeden Fall in mein, äh, hier, Sida-Jabari-Deck mit rein. Ja, sehr gut. Ich hab Evie Fry, eine der beiden Dinge. Und dann hab ich noch mal einen Shay Cormac in Foil. Uh, Tax Collector in Foil. Tax Collector in Foil. Hab ich schon mal zwei von vieren. Ja. Und ich hab einen ... Jetzt hast du den Shay Cormac. Jetzt hab ich Shay Cormac. Ich hab das Gefühl, der ist auch super häufig vertreten. Ja, ja, ist der auch. Genau wie hier, Adewale siehst du auch sehr, sehr, sehr häufig tatsächlich. Adewale. Der ist von dem, ähm, Edward Kenway, ähm, Spiel. Genau, von dem Black Flag. Black Flag. Sehr gutes, by the way. Kann ich wirklich empfehlen. Das ist ein sehr, sehr gutes. Das wurde mir auch letztens noch mal empfohlen. Es gibt ja eigentlich so drei Phasen von Assassin's Creed. Einmal so die Original-Assassins. Oh. Hier deine Mystical-Heads-Karte, wie du im Podcast gesagt hast. Ähm, die Original-Assassin's-Squeed-Spiele. Dann irgendwann wird's so Piraten-mäßig. Und dann halt die Rollenspiele, die jetzt neulich reinkommen. Und ich weiß nicht ganz genau, was ich mit den anderen anfangen soll. Aber vielleicht schau ich noch mal rein. Also, ich kann Black Flag empfehlen. Ich kann Origins empfehlen. Die beiden geben noch mal so ein richtig schönes, Gefühl, tatsächlich. Uh, Fatal Push mit nem ... Uh, du hast ... Okay, warte, stopp. Ich hab Fatal Push. Großartiges Artwork. Aber du hast tatsächlich ne Karte, die am Anfang 20, 30 Cent gekostet hat. Und mittlerweile in so vielen Commander-Decks drin ist, dass sie wirklich Geld kostet. Sie ist richtig gut. Er ist halt echt ein Evergreen. Also, ich hab den jetzt auch schon in zwei, drei Decklisten geplant. Weil, wenn ich mir denke, kann ich geblockt werden, ist halt großartig. Also, was willst du mehr? Ja, so. Und dann hat er noch ein War 2, was nicht so gut ist wie Lightning Greaves oder so. Aber ist trotzdem ... Halt für die Mana ist es halt super, super ... Und War 2 kann schon gut sein. Auch ein Commander tatsächlich. Ja. Weil man doch immer sehr tight on Mana ist, hab ich manchmal das Gefühl. Total. Das kommt auf jeden Fall zu den Windpilot. Dann Mountain, beide den gleichen. Sehr gut. Sehr gut, so muss das. Und ... Oh. Uh, Sword of Feast and Famine. Oh, das ist nice. Das ist ein nicer Hit. Schöner, schöner Pull. Ja, eine der ersten Karten, die gespoilert wurde. Wie heißt der im Deutschen? Da heißt der Schmaus und Hunger oder so was? Genau, Schmaus und Hunger. Das hatte ich ganz lange bei mir im Otscheteideck. Tatsächlich das Schwert aus Schmaus und Hunger. Und du denkst so, okay, sehr, sehr cooles Artwork. Und wie heißt denn deine Karte? Das ist eine gute Frage. Ich hab immer wieder gesagt, wenn ich ihn ausspreche, wird das wahrscheinlich Improperate klingen. Und deswegen hab ich ihn immer Connor genannt. Weil er heißt halt, im Spiel wird er von den Amerikanern immer Connor genannt. Von dem einer meiner einen der schlechtesten Assassin's Creed. Weil es Assassin's Creed 3 ist. Mich hat's auch damals enttäuscht, weil ich hätte mir gewünscht, dass Assassin's Creed 3 so voll und ganz Desmond Miles einfach nur sein wird. Weil das wäre so eine schöne Dramaturgie. Aber nur gut. Du hast desynchronisiert. Das ist eine richtig gute Karte. Ist so Rhystic Studies in Fair, oder? Ja, genau. Und wird tatsächlich ganz, ganz viel in letzter Zeit gespielt. Hab ich ganz viel auf Commander-Tation gesehen. Deswegen find ich das echt nice. Muss ich mir mal vormerken. Und da hab ich hier auch den Adewalle. Ja, dafür hab ich die Lydia Frey. Okay, sehr gut. Bisschen Wissen durchs Becken. Und Mysterious Creature. Ja, ich hab einen Assassin's Token. Den ich übrigens sehr weird finde. Weil das ist doch kein, das ist doch ein Ninja. Also das ist nicht das, was ich bei Assassin's Creed 3. Mit diesem Schwert so nach hinten. Das wirkt so richtig weird. Das wirkt so wie Shinobi mehr. Ja. Aber naja, gut. Wenn sie sich schon was dabei gedacht haben, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Man muss dabei sagen, gerade bei New Universe Beyond Sachen denken sie ja sehr, sehr viel nach. Und machen sehr, sehr viel. Ja. Also da sind sie ja wirklich schwer hinterher, muss man einfach sagen. Oh, ich hab hier Alexios. Daimon, äh, Daimos of Cosmos. Oh ja, das ist der, ähm, der, je nachdem, ob du die Dame oder den Mann spielst, ähm, ähm, Origins, bist du entweder er oder du bist, ähm, die Kassandra. Ah. Und Kassandra ist halt, die Story ist für Kassandra geschrieben. Ah ja, verstehe. Aber man kann halt auch, wenn man möchte, den Mann spielen. Wenn man unbedingt einen männlichen Protagonisten braucht, dann kann man ihn auch spielen. Aber tatsächlich, mechanisch ist der auch so wie, ähm, der von, äh, Transformers, der Slicer, so ein, äh, Commander, den du rumreichen kannst. Was ich eigentlich ganz interessant finde. Was sehr cool ist. Aber was auch super nervig sein kann. Und dann hab ich den Haystack. Kann man direkt drin verschwinden. Ja. History. Man merkt direkt, man sieht die Karten dann von den Ancamps schon relativ häufig. Ja, das stimmt. Ja. Äh, dann Bleeding-Effekt. Sehr spannend. Ja. Uh. Oh, sehr geil. Oh mein Gott, wie geil. Das ist ein richtig geiles Land. Das ist ja mega. Ich hab in letzter Zeit, hab ich wirklich eine ganz gute Tendenz, ähm, Full Art Boros-Länder zu ziehen. Ich hatte einmal in einem Stream, hatte ich ein Full Art, äh, hier, ähm. Shockland? Sacred Foundry drin gehabt. Dann aber auch nochmal das Surveilland. Und noch irgendein drittes, wo ich dachte, holy shit, was geht denn jetzt ab? Irgendwas will mir sagen, dass ich mal ein Boros-Deck bauen soll. Wollte ich gerade sagen, ich kann's dir sagen. Boros sagt dir, du musst wieder nach Hause kommen. Sehr gut, sehr gut. Ja. Dann hab ich das desynchronisieren. Sehr schön. Ich hab, äh, noch eine weitere Fry. Ja. Das ist die, die ich hier vorne irgendwo hatte. Hier, Evie Fry. Ah, okay, nice. Ist auch ganz cool. Hat auch tatsächlich Partner. Ja. Rest in Peace and Foil. Uh. Oh, sehr schön. Ein Satz, den ich sehr häufig in letzter Zeit höre. Bei Grisgaard in Pache. Ja, ja, genau, genau. Ich hab die Restart-Sequence. Ähm. Oh, sehr cool. Ja, also, wie steht's für Freerunning als Fähigkeit? Ist das was, was du denkst, wenn du noch mal Commander, äh, irgendwie bauen würdest, dass das schon ziemlich gut sein kann? Oder glaubst du, das ist mehr cute? Weil für zwei Mal einfach der Kreatur reanimieren, das ist ziemlich gut. Ja. Ziemlich einfach, ja. Ja, also, wenn du Assassinen spielst, wenn du in der Richtung was gehst, das ist richtig strong. Das ist wirklich richtig strong. Dementsprechend. Aber auch selbst so Voltron-mäßig, selbst wenn du nur mit deinem Commander angreifen möchtest, glaube ich schon, dass sich das lohnen kann. Ja, das ist richtig. Und dann hab ich Ezio, Braschnubice. Oh, Hit. Oh, Junge. Das ist ein richtig guter Hit. Das ist ein richtig guter Hit. Alter, Alter hier. Ja. Hippen, Alter, hat sehr, sehr cool in Foil, in dem wunderschönen Artwork. Das ist sehr, sehr cool. Hammer. Wir haben beide schon mal einen guten Hit gehabt. Läuft. Wirklich. Da schmerzt es fast kaum, dass wir beim letzten Pack angekommen sind. Ja, das ist, ja, gut. Wir haben jetzt fünf Packs aufgemacht, wir haben es auf fast 15 Minuten rausgeprügelt. Ich glaube, das ist schon okay. Finde ich schon gut, finde ich schon gut. Ja. Alexios. Was ist das? Smokebomb. Smokebomb ist richtig geil, weil damit kannst du dem Gegner nämlich auch in seinen Zug was machen. Wenn er was equippen will oder so, kannst du Smokebomb spielen. Ach so, dass er dann einen Shout bekommt. Ja. Ist ja witzig. Da habe ich auch noch eine Propaganda, die ich auch schon gespielt habe. Dann haben wir diesen Swamp. Der ist aus dem britischen oder französischen Syndicate. Der ist aus dem Syndicate, aus dem englischen. Ganz, ganz schlimmes Spiel. Ganz schlimmes Spiel. Ich finde das überhaupt nicht gut. Aber das ist Geschmackssache. Dann habe ich noch Crystal Skull. Und diese Karte hat ein bisschen Hype in Modern bekommen, habe ich gehört. Echt? Also zumindest Aspiring Spike hat ein paar Brews drumherum gemacht, die so halt um Artefakte halt gehen, dass er nicht geblockt werden kann. Und dass du halt quasi ihn superschnell einfach, also du kannst halt deine Mischofs-Baubild spielen, ihn umblockbar machen. Er kriegt eine Marke, wenn er Combat Damage macht und das kannst du irgendwie immer und immer wieder machen. Also ich weiß nicht, ob es wirklich Playable ist. Ich glaube nicht. Aber es klingt gut. Es klingt nach was, was ich testen will. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und? Oh mein Gott. Ah, das andere Schwert. Beide Schwerter. Light and Shadow auch noch gezogen. What the fuck? Was sind das für Packs? Sehr gut, sehr gut. Ey, das ist Hammer. Hammer, Hammer Packs für heute. Ey, wirklich. Das ist krass. Da können wir sehr zufrieden mit sein. Ja. Und? Ich habe Shaoyun. Oh, die ist aus dem Sidescroller, glaube ich, gewesen. Ah, den aus Japan oder China? China, glaube ich. China. Witzig. Und ich habe den Alexios, den du auch schon hattest. Ja, sehr gut. Und, by the way, sie haben wieder Minigames reingemacht, was mich super verstört hat. Es gibt drei Minigames. Ich habe sie hier noch liegen, weil ich immer überlegen bin, ob ich dazu ein Video mache. Ja. Ich kann es euch nicht sagen, ob ich das cool finde, ob ich das doof finde. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Es ist ganz, ganz weird, weil ich mir immer denke so, warum machen sie jetzt auf einmal wieder Minigames und welche Booster soll man dafür benutzen? Da steht ja zwei Packs. Welche zwei Packs soll man denn benutzen? Also hier von welche oder was soll man tun? Ja, hoffentlich von Assassin's Creed. Also, ich meine, immerhin hast du dann so eine Art des Spielens in mehr oder weniger guter Art und Weise. Aber ich würde sagen, hey, wir hatten richtig gute Packs, oder? Wir hatten richtig gute Packs. Direkt im ersten Pack hier die Mythic bei mir. Du hast zwei Swords und noch, alter, ihr in Foil. Sunback Canyon ist auch, glaube ich, wirklich gerade diese Panoramakarten in normalen Packs zu finden. Es sind so cool, dass die normalen Packs drin sind. Genau, aber auch sehr geringe Chance, die zu ziehen. Und ich freue mich halt wirklich um so ein paar Karten wie Brotherhood, Religia und Kenway. Einfach für ein paar Sachen, wo ich die sowieso direkt reinpacken werde. Deswegen, also, nice Unboxing. Ja, Assassin's Creed ist und bleibt meiner Meinung nach ein sehr gutes Set. Ich finde die Packs ein bisschen teuer, das sage ich jedes Mal. Für fünf Euro fände ich sie geil, weil ich die dann beim FNM einfach mitnehmen könnte. Und ich würde sie weit über Bloomboro picken. Ich würde sie weit über Karloff Manor oder irgendwie... Was hatten wir in der Zwischenzeit schon? Was waren dazwischen? Carlos Menor? Thunder Junction? Thunder Junction, ja. Ja, ich würde es weit über diese Packs picken, bin ich ganz ehrlich. Weil man hat wenig Müll drin, man hat sehr wenige Karten. Die sind dafür aber meistens ziemlich cool und man kann irgendwie alles benutzen davon. Und ja, ich bin ein großer Fan von Assassin's Creed, den Boostern und den Spiel und der Franchise. Ja, ich bin da sehr glücklich drüber, sowas zu haben. Ich finde, das Set ist auch gelungen, bis auf die Entscheidung, daraus halt keine Draft-Packs und kein Draft-Set zu machen. Wahrscheinlich wäre es halt wirklich aufwendiger gewesen, aber das wäre immer noch meine Favorite-Version. Also, ich finde, Universe vs. Beyond geht momentan noch nicht über Herr der Ringe. Ja. Weil das war so die Komplettmischung und mir fehlt es ja einfach. Ich finde das Produkt ganz cool. Genau, und ich finde halt auch, aber ich finde, es fehlt was. Es fühlt sich halt halb gar an. Und das ist halt kein gutes Gefühl. Commander Decks wäre halt zumindest was gewesen, wo du denkst so, okay, da hast du dann auch wenigstens was. Da kannst du sagen, hey, du bist ein Assassin's Creed-Fan, kauf dir das und du kannst sofort spielen. Wenn du jetzt hier sagst, du bist ein Assassin's Creed-Fan, kauf ein paar Packs, schau, was für Legendaries du siehst. Nee, kauf das Starter-Produkt. Denn es gibt ein Starter-Deck, das Starter-Deck ist ziemlich gut. Und da sind auch ein paar Karten von mittlerweile teuer geworden, ähnlich wie bei Bloomberg. Ja, nee, da hast du auf jeden Fall recht. Also, damit kann man spielen. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, Leute gerade für Commander so ein bisschen anfixen will, da fehlt halt einfach so ein kleines bisschen was. Aber klar, Commander ist ja auch noch nicht alles. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Aber trotzdem, also, schönes Set, macht Spaß aufzumachen. Absolut. Würde ich mir wünschen, normale Booster und dann wäre cool. Ja, absolut. Deswegen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, für die 20-Minuten-Video fast. Dafür, dass wir fünf, sieben-Karten-Booster geöffnet haben. Wir waren sehr schnell dieses Mal. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wie gesagt, guckt bei Robin vorbei, gibt's ganz coolen Content. Könnt ihr coole Streams sehen, könnt ihr coole einzelne Videos sehen. Und natürlich keine Folge Radio Ravnica verpassen. Und ja, ansonsten, Daumen nach oben, liken, abonnieren. Ihr kennt das Ganze. Unbedingt auch. Genau, an dieser Stelle muss ich einmal ganz kurz Werbung für meinen Patron machen. Vielen, vielen Dank an meine Patrons. Die seht ihr ja alle gerade aufgefächert. Zumindest alle ab dem Supporter-Tier. Und genau, ihr unterstützt mich sehr, sehr, sehr krass, sehr, sehr, sehr stark. Ich hab letzten Monat so eine kleine Aktion gemacht, wo die Patrons auch Merch kaufen konnten bei mir. Den ich dann explizit dafür produziert hab. Das war richtig, richtig cool. Lief richtig, richtig gut. Deswegen, ja, vielen, vielen Dank an alle. Ihr könnt mich auch unterstützen, wenn ihr wollt. Ab drei Euro im Monat könnt ihr mich monetär unterstützen, wenn ihr das könnt und wenn ihr das wollt. Fühlt euch bitte nicht dazu gezwungen. Denn wenn ihr es nicht könnt oder nicht wollt, Daumen nach oben, liken, abonnieren, teilen, irgendwelchen Leuten zeigen, die noch nicht mitbekommen haben, dass Assassin's Creed drin ist. Keine Sorge, ich nerv euch jetzt nicht weiter mit Assassin's Creed auf meinem Channel. Das war wahrscheinlich das letzte Opening zu dem Set. Ja, aber ich mein, das ist ja auch ein Herzensthema von dir. Also warum da auch nicht ein, zwei Videos mehr machen? Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.